Willkommen in meine ASMR-Hütte, wo das sanfte Rauschen des Regens auf dem Dach und an den Fensterscheiben ein beruhigendes Ambiente schafft. Es ist ein perfekter Ort, um sich zu entspannen und den Stress des Alltags hinter sich zu lassen. Schließe Deine Augen und stelle Dir vor, wie Du in dieser gemütlichen Hütte sitzt, während draußen der Regen fällt. Das Plätschern auf dem Dach ist wie eine sanfte Melodie, die Dich in einen tiefen Entspannungszustand versetzt. Die Tropfen auf den Blättern der Bäume und Sträucher erzeugen ein beruhigendes Rauschen, das Dich in eine Art Trunz versetzt. Die Hütte selbst ist rustikal und gemütlich. Sie besteht aus Holz und Stein und hat eine warme, einladende Atmosphäre. In der Mitte des Raums steht ein Holzofen, in dem ein behagliches Feuer brennt und Dich mit seiner Wärme umhüllt. Du spürst, wie sich Deine Muskeln entspannen und Dein Atem langsamer wird. Der Regen draußen wird stärker und das Rauschen wird lauter. Es ist fast so, als ob die Natur eine beruhigende Symphonie spielt, um Dich in einen tiefen, erholsamen Schlaf zu wiegen. Du hörst das Knistern des Feuers im Ofen und spürst die Wärme, die Dich umgibt. Jetzt ist es Zeit, sich zurückzulehnen und den Regen und die beruhigenden Geräusche der Natur zu genießen. Atme tief ein und aus und spüre, wie sich Dein Körper und Geist entspannen. Du bist vollkommen ruhig und gelassen und genieß die Ruhe und Frieden in Deiner gemütlichen Hütte. 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 Die Ruhe und Frieden in Deiner gemütliche Hütte. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.